Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astrologie und Partnerschaft. In dieser Reihe schauen wir uns ja so deine persönlichen Planeten an, was die so mit dir machen und wie die in die Partnerschaft mit reinspielen. Und im ersten Teil oder in den ersten beiden Teilen haben wir uns ja dem Mond gewidmet, deinem Gefühl, deinem Fühlen und heute schauen wir uns die Sonne an. Die Sonne ist ja im vulgär-astrologischen Gemeinhin so bekannt, wenn man sagt, was für ein Sternzeichen bist du, dann heißt das einfach immer, was ist dein Sonnenzeichen? Also dein Sternzeichen bezeichnet eigentlich so das Zeichen, wo die Sonne gerade im Tierkreis steht zum Zeitpunkt deiner Geburt. Jetzt ist das eigentlich gar nichts so was Aussagekräftiges, denn wir haben zwölf Sternzeichen, also steht die Sonne je ein Monat in einem dieser Zeichen. Da sind also eine ganze Menge Leute geboren. Man kann das verfeinern in der Astrologie, indem man sich anschaut, dann natürlich mit dem Geburtstag oder auch dem Grad, wo du dann stehst. Also so grob gesehen kannst du dir vorstellen, der Kreis durch zwölf Tierkreiszeichen, da hat jedes Tierkreiszeichen 30 Grad, was man, wenn man zu Pi mal Daumen runter bricht, 30 Tage quasi pro Monat im Durchschnitt hat, wo sich die Sonne weiter bewegt. Also im Schnitt bewegt sich die ein Grad pro Tag weiter. Da gibt es natürlich geringe Abweichungen. Also was für ein Sternzeichen bist du? Was für ein Sonnenzeichen bist du? Dein Sternzeichen bedeutet einfach nur den Stand deiner Sonne. Und das Gute an diesem Sonnenzeichen ist, das weiß halt doch eigentlich jeder. Also das ist schon so ins Allgemeinwissen übergegangen, dass ich sage, ja, ich bin Witter, ich bin Stier, ich bin das und das. Also das hat sich eigentlich sehr gut eingebürgert. Und die Sonne spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle bei der Partnerschaft, bei der Partnerwahl. Du kennst ja wahrscheinlich auch so Berichte, wo es heißt, naja, welches Zeichen versteht sich denn mit welchem Zeichen? Gut, da werden wir dann ein andermal noch drauf eingehen. Aber momentan ist es nur wichtig für dich zu wissen, die Sonne steht eigentlich für das, für deinen Selbstausdruck. Also das, was du aus dir herauslässt, auf welche Art du dich da herausbrüllst, quasi richtig, weil die Sonne korrespondiert ja mit dem Löwen, was du da ausstrahlst, auf welche Art du das ausstrahlst, das bezeichnet so die Sonne. Und da kann man sich schon vorstellen, gerade in der Partnerschaft kommt man natürlich mit gewissen Typen, mit gewissen Ausstrahlungen besser klar als mit anderen. Und heute gehen wir mal durch, was strahlt denn jetzt das jeweilige Sonnenzeichen aus und was könnte denn das bedeuten in der Partnerwahl. Fangen wir gleich mal an beim Frühlingspunkt, beim Wider. Ist ja bald so weit, am 20. März haben wir Frühlingsbeginn. Da haben dann wieder die Widergeburtstag. Und ja, was ist denn so eine Widersonne? Also eine Widersonne ist klar, ist direkt, ist sportlich, energiegeladen. Also das ist ein wahrscheinlich aktiver Mensch oder jemand, der auch sehr direkt sein kann, sehr klar sein kann. Aber auch ein Mensch, der klare Grenzen versteht. Durch diese Klarheit kann man mit einem Wider ganz klar kommunizieren. Der Wider versteht in der Kommunikation zum Beispiel das Subtile nicht wirklich so. Also da sind klare Grenzen, klare Ansagen, klares Ja, klares Nein, sind da gefragt. Denn sonst könnte man da oft einmal Schwierigkeiten bekommen. Also wenn eine sehr diplomatische Wagesonne womöglich mit einem Wider redet und das ein bisschen umschreiben will, dann kann das sein, dass die sich dann vom Wider vor den Kopf gestoßen fühlt beziehungsweise der Wider dann genervt ist mit Was nudelst du denn herum? Komm, mach weiter. Sag mir klar, was du willst. Also da ist man mehr so ein Weiterbringer, jemand, der auch gern was anfängt und vielleicht dann nicht immer zu Ende bringt. Da eine neue Idee, dort eine neue Idee. Also das ist so eine Widerenergie, so eine Widersonne. Eben auch sehr stark mit Sport hat das zu tun. Die nächste Sonne ist die Stiersonne und da geht es mehr so um das, na, was stellen die denn da? Das ist so, oder was drücken die denn aus? Das ist mehr so dieses, ja, ein bisschen das Gemütlichere, das vielleicht nicht so ganz Aufregende, aber das sehr Zuverlässige. Also so eine Stiersonne ist was häuslich Zuverlässiges, ist so quasi wirklich etwas schaffen, etwas erden und Stiersonnen tun sich auch in der Partnerschaft dann oft einmal schwer, Partner loszulassen. Denn so eine Stiersonne spielt schon auf Dauer, auf längerfristige Zeit und da ist es dann nicht so wechselhaft. Denn Wider kann sich da leichter wieder neu orientieren oder sagen, ja, das lasse ich jetzt hinten. Bei einer Stiersonne ist das nicht so leicht. Und ein Stier ist eben wirklich so eben das bisschen häuslichere, das traditionellere, das, ja, das, das auf jeden Fall etwas schaffen wollen. Bei der Zwillingsonne geht es um die Kommunikation, da geht es um das, um das Denken, um den Verstand. Da ist der, der verbale Austausch sehr, sehr wichtig. Da ist es auch wichtig, immer so ein bisschen vernetzt zu sein, aber nicht zu viel vernetzt zu sein. Also so oberflächlich oft einmal, so ein bisschen sich zu, ja, sich auszutauschen, über die Zeitung zu lesen, über Nachrichten zu diskutieren. Das wäre so eine Zwillingsonne. Und grundsätzlich eben freundlich, leicht, oberflächlich, das passt da ganz gut. Und da ist die Kommunikation ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Und könnte auch sein, dass die dann vielleicht auch so technisch ein bisschen interessierter sind, so an Maschinen zum Beispiel auch. Also die Autofanatiker, Autonärinnen und Narren. Also das wäre so die Zwillingsonne. Eine Krebsonne, da geht es natürlich um Gefühl. Da ist das oft einmal so das Thema, dass man das Gefühl hat, jemanden eher kindlichen vor sich zu haben. Also das ist oft einmal so etwas, so Krebse haben oft das Thema, so aus dem inneren Kind rauszukommen. Und wenn die dann ins innere Kind, also wenn die das überwinden, so dieses Kind fühlen, sich klein fühlen, jemand muss mir die Welt erklären. Wenn die das schaffen, dann kommen die gut in eine fürsorgliche Energie rein. Also Krebsonne findest du natürlich auch gerne in so sozialen Berufen, wo es um Pflege geht, wo es um Versorgen geht. Das ist archetypisch dann auch die gute Mutter. Also beim Krebs geht es eben so, da fühlt man sich dann oft verstanden, gut aufgehoben, geborgen. Also wenn man eben aus dieser kindlichen Energie aussteigen kann. Das ist so klassisch, archetypisch, Familienmensch, die gute Mutter. Wenn wir weiterschauen, dann zur Löwesonne. Ich habe es ja schon kurz erwähnt. Löwe ist einfach jemand, der will leben, Lebenslust, Freude, der will Action haben, Party machen, nicht zu sehr, sich ans Morgen orientieren, sondern heute leben wir und heute muss es klasse sein, heute muss es lustig sein. Also das sind sehr lebenslustige Leute. Das sind auch Leute, die sehr großzügig sind, die gerne viel Geld ausgeben, aber auch dann gerne viel Geld verdienen, weil die natürlich auch diesen Statuswunsch haben. Und das ist eine sehr extrovertierte Sonnenenergie, also eine sehr, ja, eine sich verausgabende Energie. Im Gegensatz zum Krebs, der ja mehr dann so einfühlsam ist. Die nächste Sonne ist dann die Jungfrauensonne. Und bei der Jungfrauensonne geht es natürlich ganz klar um das Praktische, um das, ja, ein bisschen Vorsorgende, also so das Gegenteil von der Löwesonne. Der Jungfrauens ist wichtig, dass jemand realistisch ist, dass jemand, das muss nicht die große Liebe sein, sondern da muss wir einen klaren Plan haben und der muss passen, der muss realistisch sein, der muss nicht zu überbordend sein. Also das ist wirklich so ein Zeichen eben für den Alltag, einen solide geführten Alltag, ohne die großen Visionen nach vorne, ohne die großen Träume leben zu müssen, sondern man ist genügsam und es passt einem das, was man eigentlich hat. Und da geht es auch natürlich um die Selbstaussteuerung. Also bei Jungfrausonnen ist es ganz wichtig, dass die nicht zu sehr immer sich einstellen auf den Partner oder die Partnerin, sondern sich selber auch zu leben lernen. Dann geht es in die Waagesonne. Und bei der Waagesonne geht es natürlich sehr stark, man sagt immer, Waage ist gleich Harmonie, bei der Waage geht es immer um Ausgleich. Also das sollte alles ausgeglichen sein, das sollte nichts jetzt irgendwie im Ungleichgewicht sein. Und die Waage geht auch sehr gerne auf Leute ein, nimmt sich auch ganz gerne zurück, aber aus einer anderen Art, als sich die Jungfrau zurücknimmt. Die Jungfrauenenergie, also die Jungfrauensonne, nimmt sich eben wirklich so aus dem, ich diene jemandem zurück. Der Waage geht es um die Harmonie, um das Schöne an sich. Waagesonnen sind gerne kulturinteressiert, oder auch zum Beispiel mit Kosmetik haben die viel zu tun, weil es denen um die Schönheit auch geht. Und um das Ausgleichen von vielleicht irgendwelchen Attributen, die dann nicht so passen. Also das ist so vage, die haben auch gerne Dekorationssachen im Haus und in der Wohnung und achten immer dann auch so auf so Modetrends. Die nächste Sonne ist der Skorpion. Und die Skorpione, ich persönlich als Skorpion, muss ich immer sagen, die Skorpione sind viel besser als ihr Ruf. Aber bei Skorpionsonnen, ich versuche das jetzt möglichst neutral zu bringen, geht es natürlich um die Leidenschaft. Da geht es um Intensität. Und Intensität muss man mögen. Kann man mögen, muss man nicht immer mögen. Und das muss zusammenpassen. Also da geht es auch stark um diese Macht-On-Macht-Themen. Das heißt, wer steht drüber, wer ist der Unterlegene. Und da geht es definitiv um den Ausgleich, um natürlich auch sich zurückzunehmen und raus aus diesem permanenten Intensiven. Das heißt, die Intensität gehört auf eine für die Person gesunde Ebene gebracht. Und das muss nicht immer so ganz so diese Tiefe haben. Auch wenn der Skorpion immer diese Tiefe will. Aber das muss der Skorpion lernen. Also eben wirklich, wo gehe ich jetzt immer in die Tiefe? Wo bohre ich immer nach? Oder wo gebe ich dann einmal am Frieden? Und wo bin ich dann auch einmal zufrieden? Aber beim Skorpion ist es natürlich auch, das ist auch so diese fixe Bindung im Horoskop. Also Skorpione sind schon sehr, sehr treue Menschen auch, aber eben auch sehr leidenschaftlich. Und das ist eben so eine ganz gefährliche Mischung, weil man da ganz selten zur Ruhe kommt auf der Markt mit so Skorpionen. Die suchen immer irgendwo was, wo sie womöglich reinfahren können, wo sie in die Tiefe gehen können, wo irgendwo was detektivisch verborgen ist. Ja, also Skorpion ist eben wahrscheinlich für die Partnerschaft, das muss zusammenpassen. Es gibt Zeichen, wo die recht gut zusammenpassen, aber das muss halt wirklich passen, weil sonst mit einem Löwen, denke ich, da gäbe es Konflikte mit einer Löwesonne. Schützesonnen. Schütze ist weltoffen, will lernen, will die Welt erfahren, will reisen. Also eine Schützesonne ist sicher jemand, der permanent nach neuen Ufern sucht. Ob das jetzt philosophisch gemeint ist oder wirklich ganz konkret mit dem Reisen, mit dem Fahren in die Welt hinaus, ins Ausland fahren, da ist man eben sehr offen und da mischt man sich gerne auch mit anderen Kulturen. Da ist die Welt einfach so ein riesen Spielplatz, wo man auch dann Kulturen, Philosophien kennenlernen möchte und sich weiterbilden möchte. Der Schütze ist ein, wie gesagt, auch ein sehr suchendes Zeichen, ein reisendes Zeichen, ein sehr philosophisches Zeichen und muss eben aufpassen, dass er irgendwann mal ankommt. Also da geht es wirklich ums Ankommen beim Schützen auch und bis halt wirklich dann einmal so dieses Ewigreise, in dem Außen eine innere Reise wird, eine mentale Reise vielleicht auch wird. Wären wir sehr philosophisch. Dann kommen wir zur Steinbocksonne. Die Steinbocksonne ist ja jetzt nach dem Stier und der Jungfrau das dritte Erdzeichen und bei der Steinbocksonne geht es um eigentlich um Nüchternheit, um Klarheit, um Fleiß. Die sind fleißig, die wollen was erreichen, die wollen auch etwas repräsentieren, die wollen auch bestimmend werden für andere. Also die sieht man ja gerne auch in der Juristerei, die sieht man gerne im Recht. Die haben viel oft mit Verträgen zu tun, die haben was damit zu tun, was auch dann irgendwo so gültig wird für alle. Also Steinbock ist eigentlich so ein sehr fleißiger Partner, ein sehr zuverlässiger Partner, oft einmal vielleicht ein bisschen gestresster Partner auch, aber die wollen auf jeden Fall was erreichen. Und beim Steinbock geht es sicher auch darum, diesen Ausgleich zu finden, sich nicht zu verausgaben, dass da eben wirklich so, wenn man immer so hart eben an sich arbeitet, so harte Ideale dann vielleicht auch hat, also dass man sich nicht zu sehr verausgabt, dass man sich nicht zu sehr schwächt, dass man auch einmal zurückschalten kann und runterkommen kann. Also das ist so ein, auch so mit Erschöpfung hat das ganz gerne mal was zu tun, also etwas zu übertreiben, zu hart an etwas zu arbeiten. Die Wassermannsonne ist jetzt wieder ein ganz anderes Prinzip, das ist ein Luftzeichen und da geht es wie bei allen Luftzeichen um die Verbindung, um die Kommunikation und Wassermann will ja die Vergangenheit hinter sich lassen und die Zukunft oder Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinden, sagen wir mal so. Und der Wassermann hat halt eine irrsinnige Ideenreiche und sieht so viele mögliche Wege. Und der Schatten des Wassermanns in der Partnerschaft ist natürlich, dass sie sich nicht festlegen wollen, nicht entscheiden wollen, weil da sieht man so viele andere Möglichkeiten. Also ich denke einfach mal so ein Stier, eine Stiersonne, die sagt, ja nüchtern sein, realistisch sein oder auch eine Jungfrauensonne, die haben da Aufgaben mit dem Wassermann, weil sich der nicht festlegen möchte. Oder da auch immer Wege offen bleiben wollen. Wassermann soll es nicht langweilig sein. Da muss sich immer etwas rühren, da muss immer irgendetwas in Bewegung sein. Aber nicht so wie beim Witter, so dieses körperlich-sportliche, sich rühren und bewegen und Aktion, sondern da geht es mehr um das Geistige, um die Visionen, um etwas neu erdenken, neu erschaffen. Das muss dann gar nicht konkret gemacht werden oder umgesetzt werden, was dann wieder die, die etwas schaffen wollen, tun wollen, etwas zur Verzweiflung treibt oft bei den Wassermännern. Sondern da geht es nur um eine Vision erst einmal. Und das ist natürlich auch zum Thema Wassermann. Wir sind ja jetzt in diesem Luftzeitalter, in diesem Wassermann-Zeitalter auch drinnen. Und da merkt man ja viel, da geht es viel um die Vorstellung, was schön wäre, aber das konkret umsetzen, ist dann immer so eine Frage. Also, ja, zum Beispiel nur rette den Planeten, um das gerade zu bringen. Aber wie und warum, das ist dann noch nicht so ganz klar. Nämlich so ganz fertig gedacht. Das ist ein guter Gedanke, aber wie erdest du den? Und das ist dann immer die Frage. Also jeder, der sich als Aktivistin oder Aktivist bezeichnet in dieser wunderbaren Zeit, ist immer die Frage, schön, gut, dass du das machst, wunderbar, dass du die Themen aufdeckst, aber was sind wirklich die Lösungswege? Was ist konkret die Lösung? Und etwas zu canceln und zu sagen, das geht so nicht mehr, kann nicht langfristig, mittelfristig die Lösung sein. Das heißt, man braucht da wirklich die Ideen auch dazu und das Umsetzen dazu. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Wassermann-Sonne, wie gesagt, der Schatten, man kann sich nicht sehr gut festsetzen, man ist vielleicht unentschieden, man ist wankelmütig, wie man sagt. Aber der Vorteil ist einfach, da kann jemand inspirierend sein, als eine männliche oder weibliche Muse dienen. Muser oder Musin kann man ja, glaube ich, auch gendern jetzt schon. Dann ist keine Muser. Wunderbar. Ich schweife ab. So, die letzte Sonne, um die es geht, das letzte Sternzeichen, das wir haben, ist die Fischesonne. Und Fischesonne ist halt, steht halt für das All-Eins, für das Träumerische, für das Weiche. Und so Fischeleute sind oft ganz sensitiv, sensibelst, die empfinden ganz stark, was das Gegenüber empfindet und können sich auch gut einstellen auf das Gegenüber. Das Thema bei Fischesonne ist eben, dass die oft einmal selber feststecken, selber nicht sehr konkret tätig werden können und eher in dieser Traumwelt sind. Oder eben auch, dass sich die was einbilden, was nicht da ist. Also wenn ein Fisch, also ganz extrem gesagt, sich einbildet, naja gut, der Partner ist jetzt zum Beispiel fremdgegangen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, dann ist das für den Fisch oft einmal schon Realität. Und das ist oft einmal so das Problem. Und wenn ein Fisch ganz, ganz schlechte Erdung hat, dann ist das so ein bisschen wie ein Luftballon, der so hin und her getrieben wird. Dann kann das eben auch dazu führen, dass man schwer ankommt, dass man sich schwer verwurzelt, schwer eben dauerhaft auch in einer Partnerschaft bleibt. Auf der positiven Seite, wie gesagt, sind das wahnsinnig einfühlbare Partnerinnen und Partner, sehr sensitiv. Die haben gute Antennen auch für den anderen. Da geht es nur darum, sich selbst nicht zu sehr zu vernachlässigen, sich selbst zu sehr zu vergessen. Also das ist einfach da so das Thema bei den Fischen. Also das wäre mal so die Sonne. Wir haben jetzt den Mond durch, wir haben die Sonne durch in der Partnerschaft. Und man kann sich dann schon vorstellen, wenn du dir diesen Tierkreis so vorstellst, dass es dann natürlich immer wieder so Reibungspunkte gibt. Also wenn zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ein Widder, der sehr direkt ist, da zum Beispiel mit einem Krebs zu tun hat, der eher sensitiv ist, dann kann das natürlich zu gewissen Konflikten führen. Das ist ganz klar. Oder wenn es einer Waage recht stark um das Äußere und um die anderen geht und den Krebs geht es nach innen, der will mehr Gefühl und Ruhe. Naja, das kann sich dann auch beißen, nicht ganz so wie beim Widder, aber da kann es dann schon einmal so Reibungspunkte geben. Und so kann man eigentlich so diese ganzen Sachen ein bisschen durchschauen. So mit Quadratabständen, das wäre dann im Kreis quasi so, das ist ein Spannungszustand. Das heißt nicht, dass das schlecht zusammengeht, bitte. Das kann auch sein, dass das eine positive Spannung ist in der Partnerschaft. Und Spannung ist ja an und für sich auch mal gut für Partnerschaften. Wie gesagt, man kann es nicht pauschalisieren. Das war mal ein Überblick über die Sonne. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den persönlichen Planeten. Dann hören wir uns natürlich noch Venus, Mars, Merkur an, und die sind auch noch wichtig, wenn man sich Astrologie und Partnerschaft betrachtet. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine gute Zeit und lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Erany. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020